euer vater der könig ist verliebt heißt das wir bekommen alle unsere eigenen zimmer auf dem königsthron ist platz für einen für mich ich werde sie in schwäle verwandeln wir fliegen in ein anderes land jenseits des meeres dann nehmt ihr mich mit natürlich nehmen wir dich mit wenn du den mut dazu hast diese brennessel du musst händen daraus flechten die musst du deinen brüdern dann über die schultern werfen ich ritt am meer entlang da sah ich ein mädchen das weinte und nähte brennesseln möchtest du mit auf mein schloss kommen elisa muss fertig werden sie muss die händen fertig machen für ihre brüder sie muss den den machte sie etwas spaßig blasen an den fingern zu lieben das ist verdächtig nicht